Hallo, mein Name ist Martin Kausch und ich befinde mich hier in so einem neuen Verkaufsobjekt im Bornham-Walberberg. Derzeit bereite ich das Haus für den Verkauf vor, das heißt ich habe Objektfotos erstellt, wir haben einen Videofilm gedreht und in wenigen Minuten kommt der Energieberater, um die Eckdaten für den Energieausweis aufzunehmen. Bei diesem Haus handelt es sich um ein reines Mittelhaus aus Anfang der 1970er Jahre in einer sehr, sehr guten Wohnlage, wo Sie fußläufig in wenigen Minuten die örtlichen Verkehrsmittel erreichen können. Eine Besonderheit haben wir hier, das Haus befindet sich noch in einem bauzeittypischen Zustand, das heißt wir haben hier schon einen nicht unerheblichen Modernisierungs- und Renovierungsbedarf. Abonnieren Sie unsere Kanäle auf Facebook, YouTube und Instagram, dann werden Sie automatisch über den Verkaufsstadt informiert. Und dann werden wir zusammen diese interessante Immobilie besichtigen. Bis dann! Bis dann!